Yo Leute und damit Willkommen zurück zu Kaiso Mario mit dem Flash Cento ist der alten Nudel Und Flash ist ein Affe und ich war ja noch beim Bus Ist man dann eigentlich fertig oder geht's dann weiter? Wollte ich es gerade gar nicht? Oh fuck Fuck, ich bin schon wieder gestorben Fuck Fuck Das klappt doch sogar nicht Fuck Diese Schei- Diese Flamm-Futzi hier, ne? Flamm-Futzi Hehehe Soll ich in meinen anderen Spielstand? Hör auf, der Mist Natürlich fliege ich Ich springe immer voll in den Arsch rein Besser auf den Arsch reinzuspringen Mh Man, immer springe ich in diese Scheiß Flamme rein WTF Was denn? Ich hab doch nen Knall Bist bei Flamme? Oder beim Boss? Ey Bei den Scheiß Geistern Bei den Scheiß Geistern? Diese Doppelgeister, wo sie sich zweimal drehen Oh Mann ey Ey Mann ey Ja, Mann ey Toll Mann, du Witzi Und zwar nach Weihnachtsessen Ja ja Achja, wir nehmen direkt an Weihnachten auf Wir sind so bescheuert Dass wir das machen Ey, das ist das Geilste Alter, Krieg, das Jetzt hier nicht, oder was? Mann ey Wie ging das jetzt mit der Kupaschildkröte? Mit der Kupaschildkröte? Ja Wie will ich Kupaschildkröte? Erstmal speichern immer so zwischendurch Fuck Mann Mann Ah Geht doch Nein 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 Ich springe mal in diese Scheiß Flamme rein Ach, da trifft mich auch noch der Wichser Nein Nein Ich springe auch wieder voll in die Flamme rein Nein Boah Das ist doch Kacke Ja Ist das Sein Ernst? Natürlich, Centos, ist das sein Ernst Weil er Komplett mit einmal ganz schnell bei mir ist Ey, du Scheiß Flamme Wichser So Oh Oh Nein Fuck Ich will noch nicht immer weniger stacheln Nein Ich will jetzt Ich bin jetzt bei einem silbernen Button Muss ich den jetzt rausspringen oder mitnehmen? Mitnehmen Wohin denn? Aber mitnehmen Aber wie komme ich denn da runter? Diesen blauer Stein Da kann ich den Wo muss ich denn damit hin? Und dein Kopf Links oder rechts? Ja, probier das doch selber aus Ach du ah Frag mich doch jetzt nicht Ich hab selbst Hüpf-Probleme Oh, jetzt hab ich den runtergeschmissen Idiot Ist das dein Ernst? Ja Fuck 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 SP drücken Ah, ihr Ficker So wird das ja gar nichts Fuck Ich verstehe, wo ich hin muss Ja, scheiße Das wär zu nix Aufliegen muss du laden an einer beschissenen Stelle Hüpf-Probleme Wieder runtergeschmissen Weiß ich den denn immer runter den Scheiß? Bist du auch behindert? Ich weiß Mal Tieren-Safe Fuck Oh Mann Scheiß Flammtyp hier, ne? Der geht immer so hin Der geht immer so hin Wie er dich kriegen kann, der Arsch Nein 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 Ah, geschafft Alles deine Schifffläsch Halt's im Haul Nee Doch Komm her, du weg Komm her Oh, du Scheiß-Landwichser Jetzt bin ich ganz hoch Äh Versteh das nicht So geht das da also nicht Oh, Wichser Mal mit den Schein aufheben Scheiße Okay, na gut Ja Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter Jetzt muss ich irgendwie gucken Was mach ich mit dem blauen Button Hier in den Arsch heben Weiß schon, was ich mit dem blauen Button machen muss, ne? Ich sag ja, dir in den Arsch heben Klar, weiß ich, was du machen musst Kannst du nett zu mir an Weihnachten sein Weißt du doch Klar kann ich das Ja, wo muss ich damit hin? Sag ich dir aber nicht Was soll ich dir das denn sagen? Mach das doch selber Weil du ein netter Mensch sein kannst Ach, ich? Nö Ja Du Lass doch mal nett zu mir sein Nein Will ich aber nicht Hab ich keine Lust für Ich schau mir jetzt auf ein Video an Pech Mach doch Mach ich jetzt auch Ist ja nicht so, dass ich das nicht selber gemacht hab Weil du gemogelt hast Er nennt mich Bogler Klar Arschloch Äh, doch Kei zu Nein Mario Mario Oh, ich ist level, level Ah, noch Ah, du Ficker Ah, du Ficker Ist jetzt Speed One an? Mannee Oh, f*** dich doch Das geht mir jetzt schon auf den Sack Pause Alles dein Schuldflash Doch Boah, mein Herz Ist das bei Mero Gibt ab? Mario, gibst ab oder? Hm? Was ist mit ihm? Das Das Kei so, der tauchen Das Gebt ab Ja, schön Er hat auch kei so gemacht Ich hab's geschafft Das Ich hab's geschafft Dass er die nicht mal richtig benennen kann Das heißt doch Gästehaus Und du hast gehört, was ich gesagt hab, ne? Nein, dass du's nicht geschafft hast Ich hab's geschafft Das war ja eine Tutu, ey Meine Fresse, ey Aber in einem Part hab ich das gleich geschafft Ich hab's geschafft